Das ist ja gerade der Schlimme Bleib Hallo zuhause? Hab ich Fein Scheisse Also da noch nix wahrscheinlich Wollt ihr ein Nutella schnitten haben? Jaa Der ist zu langsam Andi ohne Noss Wenn dann rede Ohne Noss Andi siehst du das? Ja Fragt ihr mich wo die anderen geblieben sind? Vorne Wir waren beim anderen Tor Auf Reisen Reisen Reise finden Rucksack Reise Ja ich kenne die Reise Nein Reise Nein Wie geil Du bist einfach nicht getroffen Ich hab getroffen Zu irgendwo Die Luft getroffen Aber nicht kaputt gehen Geist Und ein Ries Schrammig nur und geht kaputt Ries Oh Schrammig nur 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 Aber vielleicht nicht Ja Ja das macht aus Hat der Olle nicht auch jetzt Irgendwie die Tage eigentlich Geburtstag? Nee. Hä? Das weißt du nicht. Hat er doch im... März hat er da? Na. Wann hat er das? Nee, Ole hat nächste Woche Geburtstag. Am ersten. Weiß ich nicht. Tag der... Tag der... Tag der... Am Tag der Arbeit hat. Ah. Ole Geburtstag. Alter. Alter. Was für'n Lack. Ja, an die Tite, ne? Das Schwein hat getroffen, würde ich sagen. Du, oder? Anja, nein. Hast du aber wieder abgenommen, ne? Ah, das wollte ich... Das ist wie ein Tor. Nee. Nein, Tori. Ja, passt schon. Ja? Nein, verpiss dich. Ja, das Bett wird. Ich hab's gemerkt, dass es plötzlich schneller ging. Bitteschön. Dankeschön. Dankeschön. Ist doch... auch. Wow, Zwie. Das hat vollgebracht jetzt. Ach, beschäftigt war's da. Zwie, du musst sofort anrücken. Ja. Heddy. jetzt bin ich so auf abrufen der anti ist hinter dir passt schon lass ihn ja den ball sollst du lassen bin ich getroffen zwei dreimal umfahren und dann ist gut den hättest du haben können der hätte wenn ich den ball dann den uli Sofort aufs Tor, der Ring kommt daher. Er hat keinen aus. Geht nicht mal jemand kaputt. Ja was kann ich für, dass du stehen bleibst? Hä, ich will nicht den geblieben. Doch! Ich bin hinter dir nachgefahren. Bei irgendeinem Grund wurdest du langsamer. Ja, weil ich kostenlos habe. Gebremst. Ja, wer bremst, verliert. Hast du gesehen? Ja, das ist falsch. Und wer nicht bremst, fährt in die Wand. Oh. Ah, verreckt noch! Nee. Will nicht. Ja, das war's. Hat trotzdem gewohnt. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte schön. Deiner? Ja. Natürlich kommt der Andi. Ja, natürlich. Ich hab lange genug auf diesen Moment gewartet. Ja. Ja. Ich hab ihn in den Rückspiegel geschaut. Ja. Ja. Ich fand's so cool. Die haben dann gesagt auf RTL, ja warum er den nicht Schulterblick und so macht. In nem Formel 1 Auto. Schulterblick. Alles klar. Ja. Also ich mein, es war natürlich ein Scherzgemeinde, aber. Ja, ja. Das kann. Ich frag mich, wie er das anstellen soll. Mensch, Andi. Mensch, Andi. Mensch, Andi. Wo warst du? Ja, das hab ich mir ausgedacht. Ich muss erwarten, was hier geschieht. Was hat die Situation? Was hat man beobachtet? Was hat man beobachtet? Mitdick? Nein. Ah, keinen von den Gegnern erwischt. Mitdick? Ah, der geht rein. Nee, der geht nicht rein. Nee, der geht nicht rein. Aber jetzt, ich hab keinen Aus. Hm? Siehste? Ohne? Schade. Also. Deine? Sitz. Sitz. Gut, dass Twi wieder meilen, weil weg ist. Was macht ihr da, Kuschel? Wir sagen Hallo. Oh, Andi kommt wieder geflogen. Nee, nee. Ich hab Ole aus Versehen mit erwischt. Hi Ole. Wann ist es für dich? Mist. Oh. Ah, ich bin nicht weit gekommen. Wie nein? Ja, nein! Ich hab' diagnosed. Wie schoss mehr, war da hinten? Ja, ich hab' mich nicht mehr verlegen mit der Luft. Was ist noch vorbei? wie ja und sie von der richtigen seite haben gar nicht erwischt aber irgendwie hat sich der baller und trotzdem bewegt das habe ich mich gefragt warum der ball so groß ist ich guck mal nach draußen in das tor was wo ist ein ball draußen hinter aus der explosion hör warum ist der ball so groß das hinter beiden toren oder nein nur in der europa das kommt hat wie kommt solltest du wissen ja keine fluggenehmigung beantragt das war mir auf einmal zu knapp bei den 2-2 drüber danke danke für die glanzparade ich dachte nicht dass ich den aufs tor bringen ehrlich gesagt von diesem winkel ich hätte mich nicht drehen sollen warum sterbe ich wieso nicht ich hatte dich mal berührt aber ich dich nein auch nicht ja glanzparade die letzten 30 sekunden und das 40 gewesen sein war nicht gerade eure nein von 2-2 deiner ohne aber siehste glanzparade ist auch gut ist gut für die bewerbung ja ich wusste nicht dass du da bist kein rückwärtsgang ich habe nicht nach hinten geschaut das war das problem ja du hast auch keine rückspiegel das stimmt aber uli hätte aber uli hätte ja hexe angeschaltet ja ich glaube auch dass du das schade schade mit dich nein wir waren schade ja so hat er doch gebrüllt ich weiß es nicht ist vielleicht genehmigt ach da gibt es nicht mehr so schön mit dem kaputt machen was sie gerade überlegen war was was ich machen mit der keine er kommt noch mh oh sorry nichts passiert oh man oh 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 der geht daneben gut und der hat den anderen typen zum glück angeschossen du hast freie waren aber hinter dir sind welche aber du hast das superb gemeistert bum 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 wir sind auch geschubst was du sehr schön mh oh kurz überfordert in der mitte gewesen hättest du den anfangen müssen hättest du den anfangen müssen kaputt fahren müssen also ja wahrscheinlich nicht schlecht gewesen hättest du mit hättest du hättest du hättest du ja ja mitte mitte hättest du wie es leckt wie es leckt oder frag mich nie was los ist hättest du hättest du hättest du hättest du hättest du hättest du mit der mitte und da mit hättest du Wunder hübsch. Boah sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ok, das war glaub ich schon ein bisschen lucky. Dir das an. Mhm. Gut. Oh, schade. Das war jetzt ne super Vorlage immer wieder von mir und ich hab keinen Lust um das abzuwehren. Ich hab immer noch keinen Lust. Ja, äh, ich bin aus dem Tor raus. Scheiße. Ne, Güde. Ich dachte mir eigentlich der verkackt, so wie der da rumblickt. Ja. Hu 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 hu. Das hatte ich mir oft gehofft. Hm. Hab ich? No, sorry. Ja. Mit Dick? Hol du dir Nuss? Oder so? Ich hab Nuss. Ok. Sorry, aber den Ball hab ich. Ja gut. Wir sind mittig. Ja gut. Gut. Haben wir gewonnen. An dem Boden mit dem Ball. Easy. War das nicht. Ne. Aber. Mal. Ja. Danke. Ja.